herzlich willkommen auf unserem kanal schön dass du eingeschaltet hast sie haben nach einer längeren zeit wollte ich mich melden dankeschön für eure nachfragen uns geht soweit gut ich persönlich ich bin träge ich bin müde mir geht es nicht so gut also irgendwie die kraft kraftlos und energie habe ich nicht seitdem die zeit umgestellt wird um 5 wird es halt dunkel bei uns und das macht mich schon k.o. und fertig am liebsten würde ich so einen winterschlaf machen ich denke auch dass mein eisen wert unten ist und den muss ich halt überprüfen ich hoffe euch geht es besser als mir oder seid ihr auch so winter habt ihr auch so winterschlappheit könnt ihr ja schreiben und auch die tipps und dann das wetter ja wir haben eigentlich ein mistwetter es regnet die ganze zeit es ist stürmisch es ist kalt also richtiges mistwetter aber was schön aussieht sind unsere bäume die sind gelb verfärbt immer noch ist ja jedes jahr unterschiedlich letztes jahr war um diese zeit haben wir keine blätter mehr gehabt jetzt sind noch welche blätter und das jetzt wirklich schön aus also der golden oktober oder november in einer woche gibt es ja den ersten advent habt ihr schon was vorbereitet könnt ihr mir schreiben ich werde es nächste woche machen dann mache ich euch ein paar bilder was ich dann auch so plastikfreies machen werde dann gibt es dieses jahr adventskalender ja ihr habt den wunsch geäußert und das wird es dann geben also jeden tag ein tipp jeden tag ein video da freue ich mich auch schon und ja weil ihr gesagt habt ihr wolltet unbedingt letztes jahr ist es ja ausgefallen dieses jahr findet statt soweit zu uns und viele liebe grüße ich hoffe dass ihr fit und munter und gesund seid also wie gesagt ich muss man dann nach mir gucken lassen denn dieses dieses diese diese energie dieses dieses müdigkeit dieses ding ist schon anstrengend und da muss ich gucken lassen aber ich denke dass es bei mir wirklich eisenmangel ist da muss man danach gucken lassen gut ihr lieben also vielen dank fürs einschalten vielen dank fürs zuschauen vielen dank für eure treue also vielen vielen herzlichen dank und schön dass es euch gibt vielen Dank